Ich lade Dich hiermit herzlich zum Workshop Entdecke die Kraft Deines Glaubens ein Damit ist die Kraft des Glaubens an uns selbst gemeint. Wir haben den Schlüssel für ein Leben in uns, der in das Schlüsselloch einer Schatulle passt, die all unsere Träume und Visionen enthält. Warum öffnen wir sie nicht? Wir leben ein Leben, das der Norm entspricht und nicht unserer eigenen Vielfalt von Fähigkeiten. Wie schaffen wir es aber, aus der Konformität herauszutreten? Was, wenn es leichter ist, als es scheint? Der Workshop öffnet Dir einen Blickwinkel auf Dein Leben, aus dem Du es bisher nicht betrachtet hast. Du erfährst, wie Du in Deine Kraft kommen kannst und Deinen Glauben an Dich gezielt so lenken und stärken kannst, dass Du Dein Leben nach Deinen lang gehegten Träumen verändern vermagst. Der kostenfreie Workshop findet am 23. April von 10 Uhr bis 18 Uhr statt. Den Anmelde-Link findest Du in der Infobox.